So, Creeper, die kann schön da hinten bleiben. So, Glowstone. Hier schon mal nicht. Das kann doch nicht angehen. Wir hatten so viel Glowstone. Ich bin entsetzt. Ich kann das gar nicht glauben. Oder haben wir in unserer Kramsküste noch was? Das kann natürlich auch sein. Und wir müssen mal Ton reinschmeißen. Also in den Ofen. Tür zu, Kramsküste. Das haben wir auch nur zweimal. Ach ja, in die Fischfallen wollte ich auch einmal reingucken. Oh. Das hat sich ja richtig gelohnt hier. Und roher Lachs. Den brauchen wir für die Miezis. Oh, wir müssen hier unbedingt gleich Köder nachlegen. Das hat sich ja diesmal richtig gelohnt. Voll gut. Wenigstens etwas läuft hier. Etwas, was ich nicht tun muss. Dann läuft das auch. Aber da war anscheinend auch kein Köder drin. Sonst wäre der ja noch da. Hatte ich nur die beiden ausgelegt. Ja, anscheinend. Na gut, vom Prinzip her reicht das ja auch, ne? So, haben wir denn noch Köder fertig oder muss ich da was fertig machen? Unsere Küche muss recht größer werden, weil jetzt mit dem ganzen Fisch wird das irgendwie auch nicht leichter. So, einmal nach oben. Ja, wir brauchen mehr Platz. Ich gucke jetzt einmal ganz kurz. Ich sortiere mal ein, was wir hier schon drin haben. Das wäre nämlich... Oh, den haben wir noch gar nicht. Roher Thunfisch haben wir auch nicht. Das haben wir hier alles noch nicht, ne? Was ist denn das für eine? Roher Barsch. Roher Buntbarsch haben wir. Es ist natürlich nicht das gleiche. Köder. Wenn denn hatten wir sie, glaube ich, hier drin? Gut. Köder. Ähm, was macht ein... Achso. Ich glaube, wir bleiben mal bei diesem Köder, ne? Ich glaube... Oder wir können ja mal verschiedene machen und einfach mal ausprobieren. Machen wir mal zwei verschiedene. Bei einem... Einmal den und den Frosch und... Gut. Machen wir mal so. Und dann ein Fruchtköder. Okay, einfach irgendwelche Beeren und so. Das kriegen wir ja hin. Nehmen wir da und die und die. Aber bin ich ja mal gespannt. Vielleicht kriegen wir da ja was anderes. Gut, so einfach klappt es denn doch nicht. Dann eben nicht. Das Schneckchen und den Frosch. Gut, das geht natürlich nicht. Den Hering und den Thunfisch. Das geht. Schmeiß ich jetzt in jeden Eimer acht rein. Und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Bin ich mal gespannt. Aber wenn wir nicht angeln müssen, ist das natürlich schon mal großartig. Denn das dauert echt so lange. Das ist ein bisschen anstrengend. Dann mache ich mich jetzt mal an die Arbeit mit dem Steg. Und das kriegen wir heute hin. Denn dafür haben wir alles. Da steht uns nichts im Weg. Hoffe ich. Jetzt töne ich hier so groß und... Ja, nachher... Tada! So, ja, dass ich immer die Türen offen stehen lasse. Ich muss da Druckplatten vorsetzen. So, Ton. Den schmeißen wir einmal. Äh, Kohle? Haben wir hier noch Kohle drin? Nein. Oh, ein bisschen was hatte ich sogar schon reingeschmissen. Okay. Eigentlich müsste ich doch hammer viel Kohle haben. Ich glaube, die habe ich alle hier unten, oder? Nein, das ist nicht alles an Kohle, was ich habe. Da bin ich mir sicher. Aber vorerst reicht es. Ich habe immer das Gefühl, dass wir so viel Kohle einfach überall finden, dass es gar nicht sein kann, dass wir keine Kohle haben. Aber... Gut, ähm, da müssen wir hier nochmal ein bisschen was wegnehmen. So, aber... Ja, ich lasse ja auch immer viel liegen, weil ich denke, oh, ich habe so viel Kohle. Ich sollte die auch mal mitnehmen, dann hätten wir nämlich auch viel Kohle. So, das beides kommt jetzt noch einmal weg. Essen. Halt. Kramskiste. Ein Rohr-System würde das bei mir echt deutlich leichter machen. Ich habe mich gerade entschieden, dass ich jetzt immer einen Rucksack dabei habe. Aber ich glaube, ich nehme immer den großen mit. Ist, glaube ich, irgendwie sinnvoller. Dann haben wir zweimal unser ganzes Reise-Equip dabei, aber schafft ja auch nichts, ne? So. Äh, was hatte ich hier jetzt vor? Achso, was essen. Aber ich habe ja jetzt den noch hier. So, dann brauche ich jetzt Zimmermannsblöcke. Davon habe ich doch, glaube ich, sogar noch welche. Nein, habe ich nicht. Okay, Glas werde ich auch noch brauchen. Ich habe... Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe nur zehn Glasscheiben, aber... Okay, 64 Mal werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. So, und dann... Ja, gut, was soll's. Kriegen wir noch so viel, wenn wir nachher auch den Holz... Äh, den Holz, ja, den Waldbergholzen. Ähm... Und dann brauchte ich, glaube ich, ganz viele Stickys. Und dann... Ich weiß wieder nicht, wie rum. Ähm... Hier, alles klar, Block in die Mitte. Mache ich vorher noch mal ein paar Sticks. So. 40. Ups, 40 könnten eigentlich schon reichen, ne? Wobei, wenn ich das einmal ganz rummache... Ich werde mal luschen. So, dann würde ich das Ganze nämlich... Ach, es ist schon wieder dunkel, es ist doch unfassbar. So. Ich glaube, ich möchte dann aber gerne einen... Ah, wie mache ich das denn hier an der Ecke? Hallo? Dann mache ich das einfach... Ja, doch, das geht auch so. Ähm... Ich glaube, ich mache da denn einen hellen Handlauf drüber. Damit der sich ein bisschen abhebt. Schüssel brauche ich auch noch. Denn ich bin der Meinung, ich hatte damals... Ja, ich hatte Glas geschüsselt. Und dann hatte ich, glaube ich, die hier genommen. Japanisches Glas, das kann sein. Ich glaube, das hatte ich. Wobei das ja auch ganz cool aussieht. Probieren wir gleich einfach mal ein bisschen aus. So, aber erstmal gehen wir schlafen. Oh Gott, wir sind schon wieder... Oh! Wir sind schon wieder über eine Stunde in der Aufnahme. Unglaublich. Und noch nichts geschafft. So. Äh, ja, raus. Jetzt einmal gucken. Ja, nö. Nee, das ist nicht gut. Ich glaube, ich hatte damals das hier. Ja, ich glaube, das hatte ich. Wenn man da jetzt... Huch, ich hänge fest. Mal gucken, was hell ist. Was hell ist. Hm. Vielleicht... Speckstein. Hm. Mal gucken. Doch, das passt auch farblich. Weil das halt auch dunkles Braun ist. Ich kann noch mal was gucken. Was ist das? Ist so Flieses Zimmermanns. Ich kann noch mal was gucken. Hm. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich will mal ganz kurz, bevor ich jetzt gucke, wobei ich mir nicht sicher bin, möchte ich einmal was anderes gucken. Und zwar, ob wenn wir Glasscheiben schüsseln, ob da was anderes bei rauskommt, als bei Glas, also als bei den Blöcken. Tatsächlich. Guck mal hier, hier haben wir nicht diese Glasreflexion. Das könnte ja sogar noch besser sein. Ja, das ist ja wohl richtig gut. Weil das sieht dann auch richtig durchsichtig aus. Hier hat man ja immer noch diese Glasreflexion. Wenn wir das von der anderen Seite setzen. Ich muss gleich mal was ausprobieren. Dann können wir zwar immer noch nicht, äh, dagegen, aber es sieht denn optisch, glaube ich, etwas besser aus. Moment. Äh, da. So. Achso, es kommt drauf an, von welcher Seite man guckt, glaube ich. Ja. Okay, macht ja aber nichts. Ähm, mit dem Handlauf hier oben sieht man das denn ja sowieso nicht so. Nö, das gefällt mir schon. Damit hat sich jetzt mein anderer Test erledigt. Ich brauche aber mehr Scheiben. Dafür muss ich jetzt das hier erstmal wieder zurückschüsseln. In Glas. Habe ich das da jetzt rausgeholt? Hier, Glas. Habe ich nicht, aber ist, glaube ich, automatisch dann wieder da. Habe ich nicht, aber... So. Ups. Ich bin immer so voreilig. Das ist immer ganz, ganz schlimm. So, und wir brauchen Speckstein. Das heißt, Speckstein sollten wir ja auch brennen können. Also den Pflasterstein. Dann muss jetzt beides mal hierher kommen. So, da haben wir jetzt gerade keine Zeit für. Äh, hier, Glas. Ach, Quatsch. Das wollte ich wegpacken. So, ich klumpe mich hier einfach immer so tierisch zu. Speckstein. Sehr gut. Oh, ich bin sehr glücklich gerade. Wir müssen jetzt zwar noch ein bisschen auf den Speckstein warten, dass der gebrannt ist, aber das ist ja auch nicht das Thema. So, wir haben hier ja auch noch ein bisschen was zu tun. Oh nein, die gute Erde. Ja. Ähm. So. Ja, das war wieder super gut. Äh, so. Und dann geht das hier weiter. Mann. Okay, hier gibt es dann ein Problem. Ach nee, dann machen wir einfach eine Treppe. Näh, so eine auf die Seite gegibte. Haben wir sowas noch? Da habe ich ja wieder Bock drauf. Das wird ja wieder richtig gefummelt. Haben wir gerade nicht. Okay, macht nichts. Die bauen wir später ein. Ähm. So. Die nächsten 40. Ähm. Ja gut, da muss dann ja auch wieder eine Treppe hin. Und da auch. Menschen. Ha, noch erwischt. Okay, das haben wir schon mal so. Da kommt denn die Treppe hin. So. Ich glaube, das, was wir da gerade an Speckstein brennen, das reicht nicht. Aber es macht nichts. Wir können ja noch nachbrennen. So, auf jeden Fall haben wir das hier. Das haben wir ja schon seit, äh, seit Anfang an haben wir das ja auf dem Zettel. Wird ja auch Zeit, dass hier mal was draus wird, ne? Ich möchte jetzt einmal gucken. Wo ist... Achso. Wir müssen ja neu schüsseln. So, wenn man das hier jetzt so macht. Einmal ganz kurz gleich gucken, wie das denn hier überhaupt aussieht, wenn man hier denn so rüberkommt. Nicht, dass ich das jetzt alles mache und denke nachher, naja, wenn das nachher dann so auf beiden Seiten ist, ist ja doch eher so, äh, ne? Ich versuche mal ganz kurz, ob Slaps reichen, weil, dann sparen wir ja auch wieder. Ne, bap, 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 kommt mit. So, wenn wir da Slaps draufsetzen können, wäre es natürlich super. Und es funktioniert... Funktioniert natürlich, wenn es nicht Leute gibt, die wieder voreilig sind.